Willkommen bei Profischnack.de hier in im Fingern Fotostudio. Hier habe ich ein Prototyp für Sie von Himmola Proto 100. Ein manueller Relax-Sessel in Leder 33 Büffel Bison. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Dieser Sessel wurde gebaut für Job von Himmola. Denn Himmola ist der Produzent der Polstermöbel für Job. Und dieser Sessel hat deshalb auch den Jobbeschlag. Hier keine Sperre. Ganz einfach kann man hier die Sitzneigung und den Rücken durch Körperdruck verändern. Und hier habe ich dann die Zunge mit dem Hebel. Ich zeige es Ihnen hier. Einfach den Hebel bedienen. Zack, kommt die Zunge raus. Ganz einfach. Easygoing ist angesagt. Hohe Bequemlichkeit, tolles Büffelleder, Wasserbüffel. Sehr strapazierfähig. Was ist noch zu sagen? 1190 Euro bei uns. Ungefähr die Hälfte des normalen Preises. Mittlere Größe. Also geeignet für Personen 1,65 bis 1,85. Drehbar. Wunderbar. Alles klar. Prototyp von Himmola im Büffelleder Bison. Ein Schnäppchen für Sie. Würde mich freuen. Dankeschön. Und tschüss. Ihr Lutz Reinhardt. weather cay carbone. Nichts. 어디 KH Be nick gilt. dann geht das Zunge.